Alle miteinander, wir kommen zurück und starten wir mal direkt los hier. Ich weiß auch nicht, was als nächstes kommt. Wir haben 650 Punkte. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Egal, wir waren sehen. Geld haben wir 3.000. Das heißt, wir könnten uns jetzt was kaufen, aber wir sind mal ganz todesmutig und kaufen nichts, sondern gehen gleich ins nächste Rennen und gucken wir mal, was uns hier erwarten wird. Wieder von rechts nach links, aber irgendwie sieht die Strecke gar nicht so nett aus. Wir werden uns schon überstehen. Ich bin schon in die nächste Reihe abgerutscht, aber es macht nichts. Der Müllmann läuft. Das sind doofe Minen. Also ich finde die Minen echt bescheuert. Na klar. Von wegen sagt er, wenn er es erwischt. Erdbeben. Hatten wir auch noch nicht. Da, Rache. Na, das gibt's ja nicht schon. Komm mir doch blöd. Komm mir doch blöd. Komm mir doch blöd. Komm mir doch blöd. Der kommt mir bestimmt blöd. So. Ja, der wollte mir blöd kommen. Und der kommt mir blöd. Na, auch nichts. Egal. Geld. Ich will kein Geld. Ich bin nicht käuflich. Nee, ich fahr da natürlich volle Kanne rein. Das war ja mal wieder typisch. Und dann dieses gehässige Lachen von dem. Mini, sorry. Irgendwie knall ich ihm nur den armen Mini ab. Ich weiß auch nicht warum. Ha, hab ja mal erwischt. Und ich habe mich wieder vorgearbeitet. Ein Sneakers ist wunderbar. Wunderbar. Komm mir jetzt. Meine Rache. War das jetzt das Finale? Weiß ich nicht. Ich pass da nie auf. Ich weiß auch warum. Komm, erwische. Oh, jetzt kommt das Finale. Geld natürlich. Aber ich habe einen echt knappen Vorsprung noch nicht. Das kann sich schnell ändern. Wow, hier überall. Feuerwerkskörper. Hoffentlich erwischen die mich nicht. Ausweichen. Ausweichen. Ich habe den letzten erschossen. Geil. Und ich bin wieder Erster. Wie sich das gehört. Für einen Loser. Ne. Also, wie sich das gehört hat der Trottel wieder die Nummer 1 erobert. Ja, was stellen wir denn? Jung. 950 Punkte. Aber ich habe echt was im Hals heute. Schlimm. Und guck mal, was passiert. Was passiert? Nichts passiert. Wir haben Geld. Was machen wir mit dem Geld? Kaufen wir uns was? Oder kaufen wir uns nichts? Guter Rad ist teuer. Machen wir? Machen wir nicht. Oh, der nächste Motor kostet 9000. Sollen wir sparen? Sollen wir nicht sparen? Was machen wir? Oh, nichts machen wir. Wir machen nichts. Ich habe mir das anders überlegt. Also, ich glaube wir fahren einfach mal weiter. Im nächsten Teil natürlich. Ich bin ganz glücklich, dass ich wieder Erste geworden bin. Juhu. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Bleibt mir gewogen.